Hallo zusammen, mich hier ist wieder Tjela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar heute will ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu wollen wir wieder ein bisschen Gold ausgeben. Ich habe mir hier ein Char of Draenor erstellt, denn hier im Auktionshaus habe ich ein nettes Item gefunden. Und das sind einmal hier diese Schuhe, die sind einmal aus dem Gewölbe der Inkarnation, Mythic Modus. Und die kosten hier 30k, was ein ziemlicher Schnapper ist, deswegen kaufen wir uns die einmal. Und dann kann ich die auch gleich schon mal rüber traden. Hier auf den Main und die lernen. Und warte mal, ich bin gerade am überlegen, eventuell können wir die sogar noch in den Katalysator packen. Und ich sollte gucken, dass ich die nicht mit dem Druid lerne. Fällt mir jetzt gerade so auf, vielleicht würde ich die dann lieber mit dem Rogue lernen. Da müsste ich jetzt mal kurz gucken, was den Katalysator angeht. Also das ist hier Gewölbe. Na ja, seht ihr, Ding ist schon raus. Also könnte ich eigentlich, was haben wir denn, Talie, Handgelenke, Schuhe. Also Rogue würden die Mythic Schuhe gehen. Heißt, dann schicke ich die doch lieber mal auf den Rogue rüber. Und dann benutzen wir die mit dem. Aber jetzt tun wir das einmal schon mal austragen aus meiner Liste, beziehungsweise eintragen, was wir ausgegeben haben. Also hier haben wir sie. Dann machen wir hier 30k. Gigamaschen rein. Und dann suchen wir sie hier auch gleich mal. Und da seht ihr, hier oben haben wir sie. Da fehlen tatsächlich nur noch die Mythischen. Dann können wir die Zeile hier raushauen. Und zwischenzeitlich habe ich auch den Päpstlichen Fez gekriegt. Seht ihr, fehlt mir nur noch die Gefechtskeule. Die kostet aber relativ viel. Und da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Also, ob ich mir die jetzt dann demnächst mal im Auktionshaus kaufen werde. Aber jetzt würde ich sagen, schicken wir das Ding auf den Rogue. Und dann können wir es eventuell noch in den Katalysator auch packen. So, wo haben wir denn da einen? Hier. So, dann sind wir einmal angelangt. Jetzt setzen wir die Schuhe ein. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich müssten wir jetzt hier das Mythic-Themok rauskriegen. Genau. Gut, dass ich es nicht beim Dritt eingesetzt habe. Weil da habe ich natürlich aus der ersten Season über M+. Das Mythic-Set. Und somit haben wir jetzt hier dann quasi gleich zwei Sachen kriegen können. Komischerweise. Ja, schau mal. Ich habe natürlich nur die Mythic-Schuhe. Sonst habe ich mit dem Rogue ja nichts. All the Things wurde aber anders angezeigt, ne? Hm. Ja, ein bisschen komisch. Juti. Dann schauen wir mal weiter. Dann bin ich auf Shogal unterwegs. Und zwar ist das ein französischer Server. Und hier hatte ich ein Item aus dem Gewölbe der Inkarnation gefunden. Hier haben wir nämlich einmal aus Mythic-Modus die Kettentalie. Und die kaufen wir uns jetzt hier für 50k raus. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich das Ding dann auch wieder in den Katalysator packen können. Und dementsprechend noch ein zweites Temok einheimsen können. So, das packen wir jetzt hier rüber auf den Schar. Und dann schicken wir das mal, ich würde sagen, auf den Shami, oder? Der müsste da auf jeden Fall noch was rausholen können. Also, Schamane. Gut, jetzt bin ich auf den Shami geswappt. Dann tragen wir erstmal das Item vielleicht noch ein, bevor ich es jetzt umwandele. Sonst sehen wir ja nicht mehr, was es genau war. Also, als erstes schmeißen wir es mal hier kurz rein. Dann haben wir hier 50k. Und dann können wir es hier auch noch austragen. Hier haben wir es. Und da brauche ich auch nur noch das Mythic-Teil. Dementsprechend können wir das jetzt hier rausschmeißen. Und ihr seht, die Liste wird langsam ein wenig kürzer. Jetzt sind es ingame noch 26 Items. Also, so langsam wird es insgesamt. Mit Removeden sind wir bei 99 jetzt noch. So, dann setzen wir es mal ein. Also, einmal das Ding angelegt. Und dann packen wir das hier mal rein, die Taille. Dann kriege ich hier das Mythic-Ding. Wunderbar. Also, klar, das Mythic-Set kriege ich jetzt erstmal nicht fertig. Das ist wahrscheinlich das erste Teil. Aber, was man hat, das hat man. Dann bin ich hier auf Silbermond noch. Und zwar habe ich da noch ein altes Teil gefunden. Diesmal aus Arboros. Ebenfalls ein Mythic-Item. Kostet 69.000. Und hier haben wir einmal eine Kettenbrust. Die holen wir uns auch mal. Und, ähm, ja, ich bin gleich auf dem Schammi geblieben. Heißt, wir können das jetzt einmal gleich dem Schamanen rüber traden. Und, ähm, ja, das müsste man dann auch wieder in den Katalysator packen können. Also, jetzt legen wir sie erstmal an. Dann tragen wir sie einmal mit ein. Und flattern rüber zum Katalysator. So, wo haben wir es denn? Also, schauen wir mal hier das Ding. Arboros. Ah, dann können wir wieder eine Spalte rausschmeißen, weil ich da auch noch das Mythic-Teil brauche. Jetzt brauche ich nur noch ein Item aus Arboros, sehe ich gerade. Schauen wir mal an. Dann hauen wir es hier rein. Das war jetzt 69. Und, jo, dann würde ich sagen, einmal zum Katalysator. So, udala, dann schauen wir mal. Also, ähm, das ist jetzt hier diese Brust. Und dann kriegen wir hier die Mythic-Set-Variante. Wobei... Ah ja, doch, da. Wollte ich gerade sagen. Ich bin über das Falsche drüber gefahren. Das müsste ja ein Set geben. Gut, okay. Hätten wir das auch. Dann sind wir als nächstes auf Thrull unterwegs. Und da habe ich mir gerade noch ein T3-Set gekauft. Und zwar hier diese Hosen. Ähm, das war jetzt das letzte Item, was ich aus Black Market für einen Paladin gebraucht habe. Und zwar habe ich jetzt einmal das Set komplett voll. Das Ding hat mich gekostet. 400.000 Gold. Ist schon nicht wenig, würde ich mal behaupten. Aber wenn ich mir die Hose jetzt craften wollen würde, würden mich allein schon die Händler-Matz 420k kosten. Dann kommen noch 100, 200k obendrauf für, ähm, quasi das Base-Token und das Upgrade-Item. Also, ja, liegen wir auf jeden Fall noch unter den Craft-Kosten. So viel dazu. Genau, 404k. Das können wir jetzt einmal eintragen. Dann kopieren wir das hier. Und packen das mit in meine Liste. Also, 404k. Und dann habe ich noch ein bisschen was für Bonus-Shorts rausgehauen. Was heißt ein bisschen was? Ich habe 190.000 Gold für Bonus-Shorts ausgegeben. Liegt daran, dass ich jetzt einiges im BFA gefarmt habe. Also, ich kann euch erstmal, ähm, hier mit dem T3 zeigen. Wir fehlen jetzt insgesamt noch sechs Teile aus dem Black Market fürs T3, ne. Und dann sind es hier zum Beispiel noch diese straßbesetzte Sonnenbrille. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und noch ein paar Wappenröcke. Okay, also insgesamt sind es noch elf Items aus dem Black Market. Nicht mehr sonderlich viel, würde ich sagen. Deswegen gehe ich jetzt auch einen Preis hoch. Die letzten Sachen werden dann ein bisschen schwieriger zu kriegen. Genau, so viel dazu. Und ja, für was habe ich die Bonus-Shorts ausgegeben? Naja, ich bin jetzt relativ aktiv auch in Battle for Azeroth. Nicht nur in den Dungeons. Die habe ich fast fertig. Aber auch in den Raids. Wie ihr seht, ich brauche teilweise nicht mehr viel. Es ist meistens noch Mythic-Modus. Hier noch ein bisschen HC. Und ja, also LFR, Normal, HC habe ich meistens jetzt hier schon durch. Und da habe ich einiges im Bonus-Shorts ausgegeben. Beziehungsweise auch schon den einen oder anderen im Mythic-Modus. Und ja, viele Items sind es jetzt nicht mehr. Ich denke mal, da wird vielleicht noch das ein oder andere drauf kommen. Beziehungsweise dann halt nächste Folge, da werden noch ein paar Bonus-Shorts rausgehen. Da es aber ab Shadowlands keine mehr gibt, ja, hat es sich dann irgendwann auch mit denen erledigt. Ah, das nächste System war auf Eredar. Und das passt jetzt gerade ganz gut zu dem, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und zwar war ich wieder in Black Market unterwegs. Und hier habe ich diese Sonnenbrille mir gekauft. Die hat mich gekostet 500.000 Gold. Jetzt denkt ihr, das ist richtig viel Asche. Das ist aber der Mindestbetrag. Also du kriegst sie leider nicht unter 500.000 Gold. Die hat man damals, glaube ich, irgendwo bei einem Händler kaufen können. Ich meine, in Shadrat gab es die. Und ja, da war die aber deutlich günstiger. Die wurde aber leider schon lange rausgenommen. Jetzt kann man sie halt nur noch im Black Market für den Mindestbetrag von 500k gewinnen. Deswegen wusste ich auch, dass sie sie gewinnen, weil kein Idiot bietet auf das Ding drauf. Aber naja, da ich das Zeug fertig haben will, dachte ich mir, hol sie mal. Ich hatte jetzt mit der Brille immer noch gewartet. Einfach aus dem Grund, weil ich gehofft habe, dass die hier mit im quasi Mega Dungeon drin ist. Da gibt es ja hier diese Quantum Tokens. Und da können ja alle Items von Classic bis einschließlich Shadowlands drin sein. Und ja, manche Items sind halt leider ausgenommen. Also man setzt dieses Token ein und dann kriegt man, wenn man zum Beispiel das Kopftoken hat, einen Random Kopfteil. Die removeden Sachen sind hier auch eingetragen. An die IDs man so nicht hinkommt. Ich dachte, vielleicht ist das hier bei den Köpfen auch mit dabei. Ich bin mittlerweile mit allen Kopfslots fertig. Also mit allen Rüstungsklassen. Es war nirgends dabei. Heißt, man kriegt es darüber nicht. Und die einzige Möglichkeit, an das Ding ranzukommen, ist quasi das Black Market und 500k, wie gesagt. Der Mindestbetrag heißt im Endeffekt ein Schnapper in Anführungszeichen. Naja, das Ding geht, glaube ich, immer für den Mindestbetrag raus, wenn es überhaupt gekauft wird. Weil da habe ich noch nie einen Bieterkrieg gesehen für das Teil. Naja, ihr seht da unten in der kleinen Vorschau, das ist halt einfach so eine Sonnenbrille. Nichts Besonderes. Es gibt auch nochmal eine andere ID, die quasi genauso aussieht. Die habe ich auch schon. Also es geht jetzt wirklich nur um eine ID für quasi eine halbe Million. Naja. Ja, das fühlt sich schon nicht gut an. Aber was sich gut anfühlt ist, dass man hier beim Black Market quasi jetzt wieder eins rausgekriegt hat. Jetzt sind wir hier bei 10 fehlenden Items, 4 Wappenröcke und 6 T3-Teile. Und dann würde ich sagen, tragen wir auch die Sonnenbrille noch einmal mit ein. Also wir haben hier genau 500.000 und die Sonnenbrille. Und ja, da seht ihr das Endergebnis. Sind wir bei 1.243.000 Gold. Mit den zwei großen Posten, die wir jetzt am Schluss hatten. Und ja, damit sind wir dann auch schon durch mit dem kleinen Video. Hört mich vor, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.